Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dante's Inferno. Ähm, wir machen jetzt hier weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ich weiß, das ist eine totale Logik, dass man da weitermacht, wo man aufgehört hat. So, hier sind wieder die brennenden Pup-Löcher. Na ehrlich, die sehen wirklich aus wie vor Perzen, die da Feuer spucken. Achso, ja, ich muss da rüber. Wie sagte du, du musst da rüber, alles klar. Ach, da kommt die Stelle. Was war das denn? Okay. Das fängt schon wieder richtig gut an. Ich bin schon wieder so richtig drin hier heute. So. Schwupp. So, und jetzt müssen wir hier wieder hin und her schwingen. So. So. Ja, wir warten. Und jetzt einfach runter. Widerator. Dann müssen wir dieses Ding hier nehmen und müssen doch richtig mit B die Kraft aufladen und dann losschießen. und dann müssen wir hier ganz schnell rüberhüpfen. Ja, ganz schnell. So. So. Jetzt kommt eine Stelle, an der habe ich ewig festgehangen. Das war echt nicht mehr feierlich, aber jetzt lass ich mich erstmal runterfallen. Nein. Da habe ich echt ewig dran gehangen und wirklich gefliegt, weil das eine Kackstelle war, mit der ich gar nicht zurecht gekommen bin. Mal gucken, ob ich es heute hinkriege. Wenn nicht, besteht das ganze Video halt eben einfach aus dieser Kackstelle. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Jetzt muss ich aber aufpassen hier. So. Jetzt muss ich hier nämlich rüber. Ah, auf Anhieb. Ich bin nämlich sonst immer dran vorbeigesprungen. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. So. Und runter. Oh. 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 So. Hallöchen. Na, hängt er hier rum. Chillt hier ne Runde. So. Hier gibt's nix. Aber hier muss ich hoch. Hallo. Erstmal. So. Zack. So. Mimi denkt schon wieder, dass es Mütterzeit ist. Wiehst du das? So. Okay. Okay. So. So. Wie soll ich meine Familie ernähren? Das ist nicht mein Problem. Ich muss meine Freunde bewirken. Ah, nicht da reinfallen, bitte. Hier darf ich auch nicht reinfallen. Das ist auch nicht gut. Aha. So. Jetzt muss ich erstmal wieder kämpfen. Kämpfe, ne? Ey, gib mir die Brücke wieder. Junge. Junge. So. So. Jetzt muss ich hier mal ein bisschen zurück und ein bisschen aufpassen. So. 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 Okay. Hallo? Lackst du jetzt? Hängst du jetzt? Oder war es kaputt? Weil da kamen eigentlich welche raus. Aha. Okay, kommen wir hier hin. Da kann man nur wo hin. Okay. Ja, super. Jetzt verliere ich hier, weil hier das nicht kommt, oder was? Ja, nice. Normalerweise kommen da welche, die ich tot machen muss. So welche da aus dem Feuer raus. Ja. 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 Okay. 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 Komm, ne Mischchen, da muss ich nämlich so machen. Ja. So. Das war nämlich eben voll der Bug. Wenn das hin und wieder mal zuckt, dann liegt das daran, dass ich... Oh. Das über Remote-Play spiele. Und ähm... Ja. Dann hakt da irgendwas. Alter, ich habe fast eine Stunde schneller bin ich als mit meinem anderen Spielstand. Also ich habe gleich meinen anderen Spielstand, den ich vorgespielt habe, eingeholt. Okay. Das ist krass. Weil da bin ich an einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme, weil die nervig-kackig ist. Aber das werdet ihr ja, denke ich, dann gleich mal sehen. Weil... Die ist halt nervig-kackig. So. Hallo. Ich meine, es ist aber schön zu sehen, dass man so eine Stunde schon rausholt, wenn man weiß, wie es geht. Äh... Da ist ja diese Stelle... Ja, mal gucken. Erstmal schleudert er sich ein. So. Let's do it." You must do it!" Yeah... There are such apit Ich scheueuuch! Der schleudert sich schon wieder ein. Komm schon. Du, ist jetzt gut hier mal. Ich kann ja auch mal aufhören, die einzuschleudern, ganz ehrlich. Ist ja nervig. So. Jetzt muss ich schnell sein. Und da ist mein Problem. Ich bin nicht schnell, deswegen sterbe ich hier dauernd. An dieser Stelle. Ich muss den hier runter machen. Ich muss hier hin rennen. Ich muss den umlegen. Ich muss ganz schnell hier hoch. Und das schaffe ich immer nicht. Weil ich immer aufgespießt werde. Verstehst du? Das ist so mein Problem. Und da häng ich seit ein paar Tagen an. Das ist so mein Ding hier. Da häng ich los. So. Wieder nicht. Ich weiß nicht, wie ich schneller werden soll, um da hochzukommen. Das ist so echt ein Ding der Unmöglichkeit. Fast so. Also. Ich könnte da ran rutschen, ja. Aber ob das wirklich schneller ist? Ja. 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 Die kriegen wir jetzt auch schon zum größten tausendsten Mal. Hey, ich schaff das nicht. Wie soll denn das klappen? Wie soll denn das mal hochkommen? Das funktioniert nicht. Hallo. 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 Ah, der scheint! Oh, oh, jetzt! Was? Ernsthaft? Jetzt haben wir das zusammen, wo wir wieder zu lange haben. Oh Mann! Und jetzt... Jetzt passt er da nicht rein! Ich krieg ja ein Kind! Ach ja, herrlich! Heute sehen sie, wie man es nicht machen sollte! Okay, jetzt anrutschen! Äh... Äh... Wie gesagt, ich habe es nicht geschafft! Bis jetzt! Jetzt habe ich es geschafft! So! Dann fahren wir mal runter, ne? Okay... Okay... Ähm... Das ist ja mal eine mega verkackte Ansicht! Ich wollte es mal erwähnt haben! Wie? Okay... Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht! Falalalala... Ist das denn nicht wunderschön! Ist das denn nicht wunderschön! Wenn ich hier verkacke! Okay... Warum schreien die immer so wie kippt? Wo muss ich denn jetzt hin? Okay... Okay... Ich denke mal, weil... Irgendwie... Ah, okay... Ah... Ja... Ich meine, man sieht jetzt auch die Ansicht soweit nicht, ne? Dass man jetzt sagen könnte... Ah... 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 Okay... Ah... Soll ich nach vorne kommen? Okay... Soll ich nach vorne kommen? Okay... 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 Ok, ok, ich hab keine Ahnung, wiederkei weiterhöh, lalalalalala. Wie ich darüber kommen soll. Ja, höfst doch dabei. Ok, ich würde sagen, wir machen hier morgen weiter und schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns morgen, macht's gut, bis denn, tschüss.